Ein Hallo und herzlich willkommen zurück zu GeForce Agenten mit Biss, einem Disney-Videospiel aus dem Jahre 2009 mit, ähm, naja, für 4K-Verhältnisse einigermaßen akzeptabler Grafik, ähm, ja, ich weiß, dass mir das jetzt erst auffällt, ich, ja, ich bin voll der, ich bin voll der Blitzmerker, Alter. Ähm, wir sind im, äh, Cyber-Sense-Dankespiel, Cyber-Sense-Anwesen angelangt, ähm, wir müssen irgendwas, ich weiß gar nicht, also, was im Film passiert ist, weiß ich, ne, hab ich geguckt, immer noch, sehr zu empfehlen. Na sowas, hier gibt's noch ne Kamera, Leute, da muss unsere Fliege mal Mäuschen spielen. Bestätigt, Hilfe ist unterwegs. Mutsch sollte gleich auf deiner Position eintreffen. Ich habe seinen Strahl so kalibriert, dass er das Signal der Videokamera stört. Das sollte dir gerade genug Zeit verschaffen, um ungesehen vorbeizumuschen. Aber nur, wenn du Gas gibst, amigo. Danke, QRS. Drücke die Taste, um Mutsch einzusetzen. Fliege Mutsch zur Überwachungskamera. Wo ist die denn? Da oben. Ja, immer mal ein bisschen hier Tempo. Benutze den Störstrahl, um die, drücke die Taste, um zu Dar... Ah, Svenja! Daravin, kannst du bestätigen, dass du selber im Blick hast? Darauf kannst du wetten. Er hat sich mächtig in Schale geworfen. Aber ich fürchte, der Kontrollpunkt ist komplett abgesichert. Benutze Mutsch für die Aufklärung. Vielleicht findet er einen Weg dadurch. Hütze ich jetzt hier fest, oder? Okay, Mutsch. Nutze die nach oben und nach unten Tasten, um Mutsch nach oben und unten zu bewegen. Nee, ich spiele aber mit Controller, Bitch. Entschuldigung. Ja, wie? Ja, ich... Verschluss... Nix verschlossen. Ich will nix verschlossen. Kann nicht. Okay, ich dachte, ich kann den... Ich dachte, ich kann das Meerschweinchen abfangeln. Es sind übrigens, ne, bestätigterweise, ne, es sind Meerschweinchen. Keine Hamster. Ich wollte es nur erwähnt haben, weil... Ich kenn mich nicht... Ich kenn mich nicht aus. Schießen. Hä? Ich... Wo muss ich denn? Ach so, er kann ja da... Mutsch kann ja... Kann ja... Hier, Mutsch kann ja... Da kann ich dem die Glatze rasieren? Schade. Verschlossen. Alla, das ist doch... Das ist doch... Was ist denn das hier? Schön, das ist doch... Hallo, Arbeitsschutzgesetz, den kannst du keine Mitarbeiter einsperren lassen. Das funktioniert doch nicht. Aha! Nice. Okay, jetzt will ich aber wissen, was in dem anderen Lüftungsschacht ist, um ehrlich zu sein. Ach so, die führen beide in den... Okay, lol. Die führen da beide rein. Janshu, mein Zauberer hinter Saber-Sans und dabei immer so geheimnisvoll. Selbst heute darf ich sie nicht sehen, sie heimlich tue. Und das am Tage unseres gemeinsamen Triumphs ist alles vorbereitet. Ja, Mr. Saber, alle Regionen sind vernetzt. Die Satellitenüberwachung ist verbunden. Oh ja, Mr. Saber, alles ist vernetzt und bereit. Gut, die Nachrichten sind schnell bereit für ein Live-Interview. Und ich freue mich darauf, mit allen zu sprechen. Nach der Zeitnahme. David, bist du bereit, den Computer zu hacken und in die Kontrollen um vorzustoßen? Ja, ja. Das Ziel ist in Sicht. Bereit für Zugriff auf Hauptcomputer. Plasma-Ladung, Alter. Jetzt geht's richtig los. Alter, die Bilder, was ist denn... Oh Gott, da konnte jemand nicht mit Paint oder Photoshop umgehen. Ich meine, komplett die Fliesinnen, die sehen ja schon baba aus, ne? Ich wiederhole, das Spiel ist von 2009. Gut. Where I have to... I have to go? I don't know. Ich will da rein. Okay. Muss ich... Muss ich... Muss ich mit Moj? Moj, Anna Moj. Hier ist mit der Gui dann, by the way, fast alles okay, ne? Ja, wait. Das sind Lampen. Da ist nix mit Lüftungsschacht. Ja, für den ist alles so... so klein. Okay, das ist ja schon, ne? Terminal geschlossen. Warum? Wenn nicht Fragen da. Aber die Steuerung, ne? Mit... Boah. Kann ich... Auch, kann ich das nicht? Oh, guck mal, ich kann die... Ich kann die aber die ganze... Wurde in die Luft springen, wenn ich wollen würde. Also, wenn ich... Wenn das Spiel wollen würde, aber das Spiel will nicht. Nee, was... Was muss ich tun, Alter? Und ich... Und ich sag noch, ja, ich stell die Hinweise aus. Na ja, so durchschwer kann das ja nicht sein, ne? Aha. Nee, ich glaube... Alter. Nee, lass mich mal... Bitte. Okay, ich bin... Ich bin... Ich bin drin, Alter. Ich bin drin. Was haben wir hier? Schlüsselkarte. Sehr erforderlich. Kann ich das hier einfach hacken? Kann er sich da nicht reinquetschen? Und das ist dann eine Schlüssel... Ich brauche eine Schlüsselkarte. Einige Schlüsselkarte. Okay, Moody ist aber schnell wieder hier. Where I can find a Schlüsselkarte. Boah. Einige Schlüsselkarte. Was haben wir denn hier? Ich glaube ja nicht, dass das optional ist, ne? Optional, Alter. Umsonst mal... Oh, lol. Kleines Gesundheitspack. Hä, da ist ja immer wieder was drin. Oh, lol. Das wusste ich nicht. Oh, nein. Habe ich jetzt schon Sachen verpasst? Oh, dies ist bad. Ah-ha. There we have to go. Jetzt gehen wir kurz an meiner Plauze. Äh, Plauze, ja. Nee. Moody kann die Zeit verlangsam, um Gefahren auszureichen. Ja, ich... Welche Taste ist denn das? Der LB. Ach so, L, nicht R. Aber... Ist die Fliege gerade gestorben? Okay. Ähm... Ja, ich... 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 Trial noch mal. Ich warte, ich nehme ein bisschen Schwung und dann... Zack. Okay, da muss man immer ein bisschen... Da muss man immer ein bisschen an Schwung nehmen. Ist wie beim Schaukeln. Röstfliege. Au. Äh, ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wo. Hallo. Sieht ja gar nicht aus wie ein Film. Hallo. Ne, war das falsch. Aber guck mal, wie man den dann da hinten auch nicht sieht. Ich meine, ich... Ja. Warte, die sieht aus wie Chloe, ne? Nee, irgendwie auch nicht. Oh, ist nicht dein... Ist... Also, jetzt ist aber Feierabend. Wie schnell soll ich denn das noch machen? Ja, nee, das finde ich ganz schön lästig, wenn du mich fragst. Also, Flake kann doch nicht nur daraus bestehen, wie ich mit einer Elektrofliege hier irgendwelche Türen öffne und dann nicht da durchkomme, weil ich zu dumm bin. Aua. Es ist doch dämlich. Was passiert eigentlich, wenn ich dem so im Gesicht rumfliege? Nix. Ja, okay, das sind... Ja, bitte, warum jetzt schon wieder nicht... Ja, mhm... Und vor allem, warum bleibt die Butterfliege nicht da, wo sie ist? Die kann doch dann da gar nicht so schnell raus. Das ist doch dumm. Oh, ich krieg'n Affen, ne? In der Spiel macht mich nicht aggressiv, Quatsch. Ich bin... Ich bin super. Hast du hier... Oh, Gott, ey. Fängt schon mal in der Stuhl an zu können. Was war das denn? Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber ich hab's ja irgendwie bekommen. Hä, woher soll ich denn jetzt wissen, wann das... Hepten und wann das klappt und... Ich muss auf diesen Piepton warten. Okay. Okay. Ist das nicht... Okay. Es ist... Nicht das, was ich... Was ich soll? Hä? Aber... Ach so, okay. Ist das... Ist das nicht das, was ich... Was ich... Was ich tun soll? Aua. Ja, ich hab die falsche Taste gedrückt. Entschuldigt, bitte. Wie lange kann ich die Zeit eigentlich immer verlangsamen? Ist da... Ist da Timer? Kann ich das die ganze Zeit machen? Keine Ahnung. Ach, der ist... Oh, um Gottes Willen. Da ist die Schlüsselkarte. Um kleine Objekte aufzunehmen, fliege über sie und drücke die Transport-Taste. Okay. True. Nicht viel Zeit bis zum Countdown. Empfange dich laut und deutlich. Ähm. Benutze die Elektropeitsche, um die Schlüsselkarte anzuziehen und zu tragen. Was? Ja, RT. Ah, okay. Werfen? Was? Warum sollte ich die werfen? Ne, warte, ich... I have to go nach da oben. Aber ich kann nicht rennen, weil... Piu, alter. Alle Tiere die Zielerfassung am Schlüsselkarten-Laser und wirf die Schlüsselkarte hinein. Okay, ich hab die Schlüsselkarte und bin auf Position. Heck mich jetzt rein. Ja, wie denn? Terminal wartet auf Eingabe. Haha. Was zum... Wo ist die Video-Verbindung hin? Entschuldige. Helikon. Das ist unmöglich. Sie, Sie kommen mit mir. Und zwar schnell. Ausgezeichnete Arbeit, Darwin. Ich empfange kein Kommunikationssignal aus dem Konferenzraum. Hätte nicht besser laufen können. Okay. Sehr gut. Was zum... Elliot, deine Satelliten lassen die Stromversorgung im ganzen Komplex in die Höhe schnellen. Du musst das sofort stoppen. Nein, das kann nicht sein. Warte, ich prüfe die Notstromsysteme. Äh. Ich glaub, der Prozessor ist veralchert. Na los. Tommy, ich habe dir gesagt, dass jetzt Essenszeit ist, junger Mann. Okay, Mom. Und versche dir die Hände, bevor du runterkommst. Mom! Sie bewegt sich. Meine Lampe lebt. Sie fliegt. Wir heute gehen betrieben haben von Saber Sense durch die Milliardärler Saber. Wir werden hier behauptet, die Art und Weise, wie die ganze Welt ihre Haus als Geräte benutzt, wird immer verändert. Liebling, hast du den Müll schon rausgebracht? Ich kann ihn bis hierher errichten. Gleich, Schatz. Ich bin hier gleich fertig. Heute diese Stimme, ne? Ein Traum. Was zum... Was hast du getan? Ich hab nichts gemacht. Das ganze System ist runtergefahren. Jetzt ist das Telefon... Hey, Kinken. Keine Lung. Tja. Deswegen gibt es ein Arbeitsschutzgesetz. Sabern. Warnung, Sicherheitsleck liegt vor. Alle Personen bis auf das Hauptpersonal werden gebeten, das Gebäude umgehend zu verlassen. Wieso? Was ist das mit dem Hauptpersonal? Momentchen, das sind keine Hochzeitsglocken. Nicht gut. Was war das gerade? Ich weiß nicht, Darwin. Ich empfange von überall Alarmsignale. Das ganze Anwesen ist selber noch auf Alarmstufe rock gegangen. Na schön. G-Force, alle zum alternativen Treffpunkt. Sofort. Erst kein Glück und dann auch noch Fels. Du musst halt vorsichtig darwenden. Die Dinger sind echt durchgeknallt aus. Das macht das. Während die Zielablassung arretiert ist, drücke die Sprungtaste. Auszuweichen oder Überschläge zu machen. Ja, ein Salto. Warte, was stand da? Ich weiß, der macht kein Salto. Ich will das nicht, Alter. Schade. Schade. Ähm, where I have to go? Entkomme aus dem Anwesen. Ich liebe die Taste hier. Achtung, dies ist ein Alarm für alle Systeme. Wiederhole, ein Alarm für alle Systeme. Hallo. Security. Der lebt noch. Guck mal, er atmet. Der hat zuckenden Beinen. Da würde ich einen Arzt kommen lassen. Oh. Oh. Okay. Vielleicht war das nicht so schlau. Mal gucken. Das hier ist kein 100% Let's Play. Ich würde es nur mal erwähnt haben. Ich denke, wir haben die falsche Tat. Ah, nee, doch, das ist die richtige Taste. Ich habe nur das Falsche ausgewählt. Ich mag halt auch ab und zu mal so ein bisschen rumschließen. Das tut mir leid. So, da, 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 da. Mal den Müll rausbringen. Achtung. In allen Bereichen zu... Saberling Mixer Serie. 1, 1, 1, 0, 0, 0. Abschaltung ist fehl zum Schlag. Ui, alter, ui. Ah. Das ist ja ekelhaft. Ja, what is she doing, alter? Aua. Ich arbeite daran und bin auf dem Weg zu Ihrem Standort. Das Spotteam ist bereits eingetroffen, also vergessen Sie nicht, dass G-Force streng geheim ist. Unsichtbar, unbesiegbar, stimmt's? Nein! Jetzt explodier doch mal. Danke. Ja, der hat mich fast klein gekriegt, ne? Fast, aber auch nur fast. Ich meine, gut, ich, ich respawne dann einfach durch meine, nicht in meiner Natur. Alter, die Lampe braucht nicht mal einen Stromanschluss. Ich will die haben. Ist die von Philips Yu? Hoffentlich kann ich die mit meiner Alexa einstellen. Halte die Taste gedrückt, um dein Ziel zu finden. Ich hab mein Ziel gefunden. Aber der Monitor ist nur 4 zu 3. Glaube ich. Ne, der ist, ist ja schon. Alter, RZB. Alter, ist die Windows-Taste. Ich kann's nicht sehen, um männlich zu sein. Trotz, dass es 4K ist. Aber gut, die Texturen sind halt auch nicht daran angepasst, ne? Wie gesagt, 2009. Alter, ich war 7. Ich, 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 krank. Alter, könnt ihr mal sehen, ne? So was kann man noch spielen. Es spielt sich halt auch ein bisschen. Alter, das fällt mir jetzt erst auf. Und eigentlich auch nur, nicht nur ein bisschen, sondern, äh... Was? Ich kann mich... Loll. Okay, nice. Ich, ähm... Nice. Äh, es spielt sich wie, wie in Ratchet und Clank, ne? Ich, ich, ich muss die Serie unbedingt mal let's playen. Ich, muss ich ja zugeben, aber... Irgendwie. Ja, ich weiß ich nicht. Irgendwie hat sich das nie ergeben. Aber ich habe ja jetzt seit einiger Zeit eine PS5. Vielleicht ist da ja mal was möglich. Aber ich würde dann nicht mit dem Neuesten anfangen. Ich muss Lena mal fragen, welches das Beste ist. Ich weiß gar nicht, ob sie alle gespielt hat. Ich glaube nicht. Und ich glaube auch nie durch. Also, dass sie es von vorne bis hinten einmal komplett durchgespielt hat. Ich finde die Mülleimer sehr realistisch. Man leert sie aus. Und im nächsten Augenblick, weil keine Ahnung, Verwandte ist da wieder voll. Das ist sehr realistisch. Das ist, wenn ich dem Papier runterbringe, auch immer so. Das ist, äh, doch, das finde ich... Siehst du, das Spiel hat schon 2009 alle Rekorde gebrochen. Das ist doch top. Wir spielen hier 1A Qualität. Digga. Oh, warte. Lasst mich da mal in ganz kurz gucken. Alla, hier. Im, 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 im Laufen, Alter. Ich bin, ich bin richtig gut. Pfiuh, Alter. So. Well, we have to go. Bin ich überhaupt richtig? Keine Ahnung. No, 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 no. Oh, hier geht's runter. Ich würde aber eigentlich erst noch ganz gerne... Moment. Moment. Ich weiß, ich hab gesagt, keine 100%. Und, ne, wir... Es bleibt auch dabei. Aber, ähm... Was ist denn mit der Tür? Ja, das war jetzt klar, ne? Aber, ich kann im Flug schießen, wenn ich denn gut genug bin und treffe. Ja, okay. Gut, das hat sich jetzt erledigt. Da hinten hab ich auch schon drauf geschossen. Okay. Sieht mir auch sehr massiv aus. Okay. Nice. Ey, warum kann ich damit nicht so um die Ecke laufen? Das wär doch cool. Oh. Okay. Ja, dann speichern wir doch mal. Bitte den PC nicht ausschalten. Toll. Na schön. Los. Darwin, wo steckst du? Machen sofort einen Abgang. Schon Anzeichen vom SWAT-Team? Noch nicht. Das ist einfach nur merkwürdig, die. Und auch ein ganz klein wenig tödlich. Ich wünschte, Speckles wäre hier. Ich gebe mein Bestes, Leute. Du machst das super, Juarez. Wir alle vermissen Specks. Aber wir packen das. Ich bin fast draußen. Hä? Wie geht das denn? Ich bin noch darunter... Also, Darwin ist doch darunter gefallen. Wie kann denn da jetzt ein Gitter sein, hä? Alter, na. Videospiellogik. Na, ich... Love it. Laden. Oh. Was? Reiß ihm bitte den Kopf ab. Reiß ihm bitte den Kopf ab. Reiß ihm bitte den Kopf. Schade. Hier, Einheit 5. Wir haben Feindkontakt mit... Saberling Haushaltsgeräten. Nice. Ich dachte, der reißt ihm jetzt den Kopf ab. Alter. Klar. Komm, explodier. Komm. Ich will, dass die explodieren, die Sachen. Das war Star Wars. Ja, okay. Das ist ja sowas ähnliches, ne? Ich bin schon da wie du. Aber du scheiß dich nicht voll, Alter. Ich knall dich ab. Ich finde das voll geil. Okay, tot. Also, ist eine Maschine. Ist eine Maschine jemals tot? Hat sie überhaupt gelebt? Ja, okay. Guckt. Guckt. Detroit. Dann wisst ihr mehr. Warte. Da sind Sachen. Ich weiß noch nicht, was ich mit den Chips machen soll. 1445 haben wir jetzt schon. Okay. Sind die für... Also, sind die... Schalte ich irgendwas am Ende frei dann? Oder ich... Irgendwie sind die optional, ne? Ich meine nur, ich könnte sie uns auch liegen lassen, ne? Wenn ich... Wenn ich wollen würde. Aber gut. So, das geht bis in die Decke. Da kann ich gar nichts machen. Könnte ich hier runter? Oder ist das eine Scheibe? Ne, da ist eine Scheibe. Eine Scheibe. In meinem Leben. Okay. Einfach ein aggressiver Mülleimer. Boom, Baby. Ich finde, das macht voll Spaß. Das ist voll geil. Warum gibt es nicht mehr solcher Spiele? Ja, ich... Wie gesagt, ich muss The Rated and Clank spielen. Wie gesagt, wer hat das Raum, in dem du dich befindest, ändern sich. Ändern sich, Davi. Pass auf. Warte, die, was ändern sich? Ich hab's nicht verstanden. Alter! Junge! Was ist denn jetzt los? Nein, nicht böse aus. Ich will nicht. Ich will das haben. Alter, Saber Chips 50. Saber Sense Chips, Alter, 50. So, was ist hier? Oh, verdammt. Okay, der strahlt grillt ein. Ich meine, gut, das kennen wir ja schon aus dem Tutorial. Geil, ne? Nice. Oh Gott. Achso, das sind Ordner? Nee, damit will ich nichts zu tun haben. Ich... Leute, Saber Sense ist definitiv aktiviert worden. Wenn das Saber Sense ist, verzichte ich auf Haushaltsgeräte. Du hast dich in der Küche nicht groß aufgedrängt. Neue Spielregeln. Konzentriert euch, Leute. Lausche auf die... Ich hole jetzt den Oldeby und dann nichts wie mit von dir. Da kann ich die nicht einfach... Ah, lol. Aua, was ist denn... Was geht los, ey? Echt? Ich hätte die einfach schon die ganze Zeit ausschalten können. Ah, ne, okay. Die reaktiviert sich wieder. Okay, aber... Hält dann erstmal die Guschen. Was ist das denn? Ziehen? Äh. Darf ich fragen, wie ein Meerschweinchen in Lebensgröße daran ziehen soll? Okay. Oh. Plasma-Ladung. Ja, vielleicht jage ich es einfach in die Luft. Yes. Das could be eine Lösung. Could be a solution. Warte, ist das mit einer Maus? Was ist das für eine Maus? Warte mal. Ah, die ist ja auch aggressiv. Piu, alter. Okay. Chip. Chip, 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 chip und chap. Ritter des Rechts. Chip, chip, chip und chap. Den Bösen geht es schlecht. Sie lösen jeden Fall mit ihrem Mut. Wird es am Ende alles gut? Ich verstehe nicht, wohin ich gehe in den Saal. Ich gucke mal mit Mut was hier so abgeht. Warnung. Gefährliche elektromagnetische Strahlung. Wie jetzt? Verstehe ich jetzt nicht. Aua. Ja, aber die ist auch nur eine Fliege. Ich verstehe es nicht. Hä? Okay, vielleicht muss ich ja nö. Inaktiv. Okay, ich nutze mal ähm Achso, ich muss gedrückt halten. Schacht. Geschlossen. Dieser Schacht kann geöffnet werden, indem man an dem Griff zieht. Achso. Ich Okay, ich dachte, ich muss irgendwelche ganz komplizierten Geschichten auch vollführen, aber okay. Ich sag's dir. Wir werfen mehr Speisen weg, als Mr. Saber und seine feinen Freunde essen. Und diese ganzen Haushaltsgeräte? Das Essen bereitet sich fast von alleine zu. Sag das nicht, oder wir sind bald anders. Oh nein! Nichts wie weg hier! Komm raus hier! Soll ich euch was sagen? Nein, der Platz ist um zwei Kirche ärmer. Und seine Waffe sabelt haben. Also wollen wir endlich überbraten. Wie? Wollt doch mal den Serum, das soll wohl ein Witz sein! Woah! B Kinder mit dem le Bron! B&B! Die klingen wie Hunde. Die klingen echt wie Hunde. Nice. So. Okay, nice. Will sonst noch wer Stress? Ja, da oben. Ich weiß, ich muss die Folge beenden. I know, I know. I'm sorry. So, umgucken tue ich mich dann hier in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zuschauen. Ich will nur mal eben ganz kurz in Sicherheit gehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bleibt dran. Ciao.